Hallo, mein Name ist Moritz Mauch, ich komme aus Deutschland, ich bin 18 Jahre alt und ich werde in der Sub-Surfing und Sub-Technical-Race spielen. Normalerweise trainiere ich in der Kanarier-Island, als ich dort wohne und mein Lieblingsspot ist Fado de Maspalomas. Hallo an alle in Deutschland die Zuschauen, wir sind hier in Nicaragua, es ist super warm, aber alles ist geil, wir haben super gute Wellen und checkt einfach die Seite von der ISA, isa.com und wir sehen uns.